Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Lego Batman 2. Wir sind hier in Gotham, auf dem Weg zur Bat-Höhle. Startet hast die Mission? Nein, oder? Ich bin mir jetzt nicht sicher, vielleicht, ne wir müssen hier glaube ich wieder ran, oder? Und dann startet die Mission, okay. Ich war kurz verwirrt. Der bekannteste der neuerlichen Ausbrecher aus Arkham wird gewiss einen neuen clownesken Masterplan mit tödlichen Folgen aushacken. Aber was könnte das sein? In einem exklusiven Interview sprechen wir mit dem Polizeibeamten von Gotham City über ein riesiges Gesicht des Jokers, das er im Feuer bei Ace Chemicals gesehen haben will. Und spekulieren wild darüber, auf welch grausame Arten der grünhaarige Ghoul uns alle vernichten könnte. Nicht verpassen! Die Substanz ist zu 84% Kryptonit. Keine schädlichen Auswirkungen auf Einwohner von Krypton. Das ergibt keinen Sinn. Das Batmobile sollte Kryptonit ausspüren. Es hätte es nicht registriert. Da war Kryptonit im Lieferwagen. Aber warum sollte denn jemand Kryptonit herstellen, das Superman nicht schadet? Viel wichtiger. Der Joker wollte, dass wir wissen, dass er es herstellt. Es muss eine Finte sein. Wir tun es zum anderen Kryptonit, um sicher zu gehen. Warum haben wir so viel von diesem Zeug? Für den Fall, der Superman eines Tages beschließt, ein Bösewicht zu werden. Du erwartest immer das Schlimmste von allen. Ja. Also es kommen mir alles da und mir ziemlich bekannt vor jetzt wieder. Wahrscheinlich habe ich es doch schon durchgespielt gehabt, aber nicht 100%. Also wahrscheinlich habe ich es 100% auch durchgespielt gehabt. Was ist passiert? Das Signal ist weg. Keine Sorge, wir sind schon da. Ein Dingling entdeckt. Ein Dingling entdeckt. Hat es in die Batmobile eingebrochen? Das angebliche Kryptonit ist mein Zielsuchgerät. Es war eine Falle. Hallo? Jemand zu Hause? Wir sind da. Und wir haben Nachtisch. Lex und Joker. Okay, da können wir nicht hin. Okay, das Spiel hat gerade kurz gehangen. Ich hoffe, das passiert ihm nochmal. Warum liegt da unten im Wasser ein Herz? Okay, jetzt ist die Spots. Ich dachte, das lügt da permanent, aber nee, anscheinend nicht. So, wir sind davon aber geschäftigt, Geld zu sammeln. Okay, brauchen wir wieder Spreng-Batman? Oder Power-Suit-Batman? Dann können wir nur noch in diese Richtung hier. Okay, wir brauchen ziemlich viel Geld hier. Dafür, dass das gefühlt nur so ein kleines Boss-Level ist. Okay, drei Joker-Ballons kaputt machen. Das war's von unserem Bike, würde ich sagen. Ich finde es gut, dass sie nicht auf mich schießen. Okay, interessant. RIP Geld. Okay, wir müssen dann da links rüber. Ich denke, wir kriegen ein paar Aus-Suit. Aber das kriegen wir anscheinend nicht. Wir kriegen hier einen Elektro-Suit hier. Die wollen bestimmt unser Kryptonit klauen, um Superman dann... ...wein nur noch Vikings-Superman zu haben. Hier brauchen wir Schall-Batman. Also Fledermaus-Anzug-Batman. Also Bad-Batman? Passt das in etwa? Ich würde sagen, ja. Okay, da oben kommen wir erstmal nicht hin. Achso, hier kriegen wir Schall-Batman. Cool. Nehmen wir gleich mal mit. Warum nicht? Ein bisschen was zum Zerstören. Ja, das hier. Oder? Okay, jetzt können wir es zerstören. Was ist das denn? Akrobatik? Ja. Okay. Ne, ich möchte gerne das aufbauen. Ja, ich finde es gut, wenn das Geld mal wegfliegt. Ich konnte es natürlich auch nicht ähm, direkt die Mission nochmal neu machen, weil ja, die Batheel ja unter Angriff steht. Und ich deshalb hier, dass man die Mission machen musste. Ja, mal gucken, was ich das wiederholen kann. Also, kotzt mir halt an, dass das Spiel äh, mich umgebracht hat und ich dafür es büßen muss. Glauben wäre noch ein Minikit gewesen? Komm ich glaube ich nicht mehr ran. Und dem haben wir jetzt für die rechte Seite. Okay, das können wir alles hier nicht zerstören, leider. Okay, da wollte er gerade nicht springen, cool. Da gab es noch Geld, da gibt es noch Geld. Aber leider auch nicht so viel. Okay, schade, dass es nicht geklappt hat. Okay, schade, dass es nicht geklappt hat. Okay, schade, dass es nicht geklappt hat. Bleib doch da drauf stehen. Ja, ich muss einfach nur halb schon drauf stehen bleiben, dass das Spiel merkt, jo, der möchte damit vielleicht was machen. Ja, das war jetzt auch nicht so lang nötig, also. Okay, und das nächste im Nahkampf dann. Weil mehr Fahrzeuge habe ich nicht. Was zur Hölle, ne riesige Münze? Hm. Ach, gehen wir rauf? Ich würde gerne alles anschauen. Wir haben nicht viel Zeit. Abwärts. Spring. Oh oh. Computer, wo ist das Kryptonit? Kryptonit-Standort ist durch Sicherheitscode geschützt. Computer, weißt du, wer ich bin? Lex Luthor, Präsidentschaftskandidat, Inhaber und Gründer von LexCorp Industries. Sehr gut, nun will ich das. Ein Deckunternehmen für Lex Luthor's, zahlreiche kriminelle Geschäfte. Okay. Darunter Schmuggel, Raum, Erpressung, Bestechung. Ja, schon klar, das reicht. Hier, lass mich mal. Sicherheitszugriff verifiziert. Ja, ich glaube nicht, dass das so leicht wäre, aber gut. Aber das ist auch nicht alles. Man krypte wieder so. Ich lange noch, bis diese Torten explodieren. Oh, etwa fünf Minuten. Oder eher fünf Sekunden. Weg! Vielleicht sollten wir Superman doch rufen. Nur zu. Hey, Superman! Siehst du, man kann sich auf niemanden verlassen. Da ist ein cooles Raumschiff. Also, Flugzeug, Raumschiff, Dingens. Kann ich jetzt eigentlich keine Mission wiederholen, bis ich das Spiel durchgespielt habe, weil die Bat-Hülle halt kaputt ist. Gut, dass er einfach Robin da so liegen lässt oder hängen lässt. Okay, das war anscheinend wieder eine längere Mission. Es kann ja immer noch sein, dass es irgendwie dann doch mal kurz hängt oder spießig aufhängt, dann lieber einmal mehr speichern. Aber ich glaube, speichern auch so normal. Okay, also Superman gefällt mir schon mal gut, dass er einfach, wenn er sterben würde, einfach dann in seinen Fliege-Modus geht. Also, so wie es aussieht, muss ich ja wahrscheinlich wieder alles machen. Und dann, dass die Charaktere mitkommen. Ich kann hier aber mit Superman durchfliegen, oder? Gibt irgendwie wieder relativ wenig Geld, ne? Gibt es da irgendwas cooles? Ich weiß nicht, wie das würde ich das noch weiter kaputt machen können, aber irgendwie nicht, nein. Gut, hier ist noch ein Tausender. Kann sein, dass sie noch mal in Metropolis oder sowas gehen, oder spielt sich alles hier in Gotham ab? Wo, Tausender? Tausender weg. Schade. Nur mit Schade meine ich Mistspiel. Hallo. Nicht wegfliegen. Das ganze Zeug ist auch runtergefallen, Ehre. Batman, willst du vielleicht auch mal da hoch? Okay, wir müssen es selber machen. Weil, ja, damit nicht klarkommen. Cool. Kann ja sein, dass ich Batman später noch brauche. Ist halt lieber mal mitnehmen. Ah, da gibt es ein Zehen, ah, cool. 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 Also, bisher sind wir noch gut im Zeitplan. Ich hoffe, das ist nicht wieder so ein extrem langes Level. Bitte bleibt ihr da oben und, äh, ich komme hier einfach hochgeflogen. Na gut, das hier können wir auch mit Akrobatik Rubber machen, würde ich sagen. Okay, Akrobatik Rubber gibt ja auch immer noch so Geld. Gut. Zum Glück habe ich Batman mitgenommen, da vorne braucht man nämlich schon. Okay, und hier haben wir noch den Anzug. Vor allem, ich habe den Job aber nicht gesehen oder übersehen, oder? Wahrscheinlich schon. Aber nett, dass sie mir den Anzug hier nochmal geben. Also, man braucht doch aber am Ende sowieso den. Man hätte gar nicht, wahrscheinlich zur Sicherheit, falls man es auch irgendwie geschafft hat oder so, falls man das Spiel lädt. Ich weiß nicht, ob da die Anzüge gespeichert. Das könnte vielleicht sein. Okay, es gibt echt wenig Geld, leider. Aber ich hoffe mal, ich kriege diesmal wieder den wahren Superhelden. Einfach nur Superheld? Das war nur Superheld. Je nachdem, wie lang ist noch Geld das Level, sind wir noch gut im Plan. Und das haben wir, glaube ich, nicht viel Geld verloren. Also klar, durch runterfahren ist ein bisschen was kaputt gegangen. Okay, Dinosaurier. Das kommt mir jetzt wieder bekannt vor. Also das habe ich schon wieder gespielt. Sonst weiß ich jetzt, wie das ich gespielt habe. Das ist alles vorher weniger. Also wahrscheinlich habe ich es durchgespielt gehabt schon mal. Okay, es ist gut, dass man hier auf beiden Seiten Dinger zum Festhalten hat. Okay, man kann vier Hits rausholen. Das ist cool. Ach ja, das hier geht ja nicht. Dafür bräuchten wir Explosiv-Batman. Okay, hier ist nicht mehr so viel Reling über, leider. Bitte nicht mich töten. Danke. Okay, da ist das Zweite. Ah, okay. Wir können ja doch schon ran. Warum sterbt ihr alle? Magnetanzug. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht erst mal mit Superman alles abfliegen sollte und alles erst mal machen, was ich hier so finde. Ich kann erst mal gucken mit Superman, was es hier überhaupt gibt. Okay, wir müssen hier sowieso erst mal langfliegen. Das ganze Geld hier holen, was es hier oben gibt. Okay, hier brauchen wir auf jeden Fall nochmal Batman. Das wird auch wieder ein bisschen länger apart auf jeden Fall. Okay, Geld haben wir schon mal zusammen. Das Wichtigste. Jetzt wollte ich noch gerne die Joker-Karte haben. So, was ist denn hier der Plan? Warum komme ich hier nicht weiter? Ey, ich verstehe echt manchmal nicht. Also manchmal gibt es sonst einfach Barrieren in der Luft. Warum auch immer. Gut, kann ich die hier kaputt machen? Also kaputt machen kann ich sie nicht, aber ich kann sie schlagen. Hier ist wahrscheinlich dann das letzte Joker-Karten-Ding, oder? Nein, nein, hier sind wir ein Minikit direkt. Und wir nehmen hier auch mit. Okay, ich kann hier auch nichts mitmachen. Interessant. Das ist halt, was man hier alles machen kann, was man nicht machen kann. Okay, ich habe es eigentlich gedacht, dass ich da hängen bleibe, aber auch nicht. Okay, wir müssen sowieso hier rüber. So, dann klettern wir einmal mit Robin rüber. Das wäre cool, wenn man mit Superman einen von den beiden mitnehmen könnte, einfach. Bisschen komisch, dass ich gerade den Szenar nicht mitgenommen habe, obwohl ich nicht so weit von dem entfernt war. Okay, da brauche ich Schall-Batman für, den ich wahrscheinlich nicht bekomme. Keine Ahnung, was das ist. Auf jeden Fall habe ich es kaputt gemacht. Mir fällt immer die letzte Joker-Karte. Also kann sein, dass ich sie vorher verpasst habe. Aber ich weiß es nicht. Okay, es zeigt nach rechts. Da ist mein Fadenkreuz. Okay, hier war anscheinend... Oh, es war Alfred in Gefahr. Interessant. Okay, hier können wir jetzt weiter. Okay, die habe ich ja sowieso schon einmal angehauen. Interessant. Ich habe keine Ahnung, was ich da gerade zerschlage. Ich sehe es nämlich wirklich gar nicht. Okay, hier sind Steine. Interessant. Den Anzug kam ja schon mit Robin an. Warum auch immer... Was macht der denn da hinten? Ich verstehe echt nicht, wo die NPCs die ganze Zeit hinwollen. Also jetzt sollen wir ja hier irgendwie rüber. Glaube ich. Jetzt können wir da nämlich mit Batman hin. Glaube ich. Ja, hier auf der Seite. Okay, das war knapp. Dann hier hoch. Okay, die ist einfach ran weggeschossen, weil ich es zerstört habe. Interessant. Dann hier einmal runterrutschen. Und da einmal hinschießen. Ich glaube, das ist eine Ausrüstung von Batman oder von irgendwelchen anderen Bösewichten, die er mal gefangen genommen hat. Aber ich kann es ja echt nicht erkennen. Es ist so klein und dunkel auf dem Bildschirm hier. Ja, schieß doch. Okay, das ist sowieso kaputt. Interessant. Davon nehmen wir ihn hier. Dass er noch schnell ist. Okay, und das hat sich jetzt natürlich geändert. Das ist jetzt einfach nur Spielzeitstrecken, wenn ich jetzt mal so sagen darf. Weil jetzt muss ich nochmal komplett über die Seite rüber. Also die rechte Seite. Um mit ihm da auch rüber zu rutschen oder was. Jungs, ihr könnt da bleiben. Nicht mitkommen. Ich verstehe echt nicht. Okay, gut. Er fällt da wieder runter. Interessant. Also hätten wir ruhig mal den Anzug da irgendwie direkt hinpacken können, damit ich da nicht stundenlang jetzt hier rumeiern muss. Ich glaube nicht, dass ich mit ihm den Spunner in die Mitte schaffe. Brauche ich mal den Doppelsprung. So, das war knapp. Da dachte ich sterbe wieder. Ah ne, ich muss ja gar nicht hier denken. Ich kann einfach so machen. Ey, das war einfach jetzt gerade nur Spielzeitstrecken. Ganz ehrlich. Das muss nicht sein. So, jetzt können wir hier aber endlich reingehen. Ich dachte, ich müsste das vorher zerstören, weil ich da sonst vielleicht nicht mehr rankomme. Aber wenn das so ist, ist ja auch alles in Ordnung. Okay, habe ich die richtige Wahl gewählt, weil ich ihn ja sowieso brauche. Wusste ich natürlich noch. Weiß ich auch nur Luck. Ja komm, gar kein Block mehr drauf. Einfach weg hier. Gut gemacht. Kunst ist immer besser, wenn sie größer ist. Hey, ist das nicht Bruce Waynes Villa? Bruce Wayne? Ich hasse diesen Kerl wirklich. Hm. Hm. Hey Batman, ich glaube, ich habe das Whirly-Bad zum Laufen gekriegt. Hm. Ich werde am Badboot arbeiten. Warum hast du mir nicht gesagt, dass Luther da mit drin steckt? Ich hatte alles im Griff. Ja, das sieht man, dass du alles unter Kontrolle hattest. Okay, ich bleibe hier und gehe dir zur Hand. Du weißt, ich kann alles. Weißt du, was drin war? Was? Kryptonit. Das war es, was sie wollten. Das treibt den Dekonstruktionsapparat an. Der Detektor im Batmobil hat Kryptonit aufgespürt. Damit können sie jetzt deine Gadgets und meine Kräfte neutralisieren. Die Frage ist, warum? Was haben die vor? Ich weiß nicht, aber wir müssen dieses Kryptonit kriegen. Und damit kommen wir dorthin. Voila, das neue fliegende Badboot. Da hat ja fast geklappt, Robin. Brauchst du Hilfe? Nein, geht schon. Unwillkommene Gäste. Freies Spiel freigeschaltet. Level abgeschlossen. Wir sind Geld gesammelt. Das haben wir auch geschafft. Bürger in Gefahr haben wir geschafft. Vier, glaube ich. Oder fünf. Ne, vier. Okay. Scheiben wir da Badwing zu sein. Wie in... ... ... ... ... Geschichte fortsetzen. Also anscheinend sind das jetzt 15 Level in einem Kapitel. Oder war das ist das fünfte? Bin mir gerade nicht sicher. Ne. Posten im Theater war das erste. Kein sicherer Hafen. Das zweite. Ulk in Arkham. Das dritte. Aufgabe in Arkham. Das vierte. Fünf wäre Ace Chamekills gewesen. Sechs wäre... ...dann Schwerfen, oder ist das ja schon das siebte? Okay. Ja, weiß ich auch nicht. Können wir da eigentlich... Oh, wir sind Superman. Das ist cool. Und es verstanden. Ich würde sagen, ich gucke einfach mal, ob ich hier in die Mission wiederholen könnte. Okay, das war schon sieben jetzt. Schöne Signatur. Und das muss ich nochmal machen. Ja, würde ich sagen, mache ich das auch gleich mal fertig. Ähm, damit ich das halt hab. Und dann würde ich sagen, ich hoffe es dir gefallen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Hau da rein. Ciao.